Und damit herzlich willkommen hier zurück zu der Herr der Hänge, die Rückkehr des Königs mit dem Weg des Zauberers und mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz ganz herzlich, schön dass ihr den Weg hierher gefunden habt, das freut mich ganz besonders und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält, ganz 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 wichtig So, wir haben das Spiel ja im Live-Modus gespielt zuletzt, also als Stream, heute möchte ich auf jeden Fall das Ganze abschließen im Offline-Modus, also ganz privat unter uns sozusagen Und ja, wir sind jetzt weiter auf Minas Tirith auf der Mauer, da wollen wir weitermachen, mit der geilsten Steuerung ever, nämlich Maus und Tastatur, anders ist, äh, also mit, mit Controller, Xbox One Controller, äh, geht das gar nicht, jedenfalls nicht mehr annähernd Lass laufen Sauron wird erfahren, dass der Ring in den Händen eines Halblings ist Doch das Schicksal hat uns vier Holz geschenkt und er weiß nicht, welcher von ihnen den Ring trägt Dies ist der Köder für meine Pfanne Verstehst du denn nicht? Der Feind denkt, du hast den Ring Er ist hier, um dich zu holen Ein großer Krieg wird kommen Und Rohan wird Gondor von Norden her zu Hilfe eilen Unbehelligt vom geläuterten Isengard Aragorn muss in die Dunkelheiten absteigen, um eine Armee in die Weiße Stadt zu führen, die selbst Sauron fürchtet Auch Pippin und ich eilen nach Minas Tirith, denn die Stadt ist der Amboss, auf dem wir Saurons Horden schlagen müssen, um Zeit zu gewinnen Ich habe von diesem Aragorn gehört, er soll Arathorns Sohn sein Aber ich sage dir etwas, ich werde mich einem Waldläufer aus dem Norden nicht beugen Gibt es noch Hoffnung, Gandalf, für Frodo und Sam? Es gab nie viel Hoffnung, nur die Hoffnung eines Lachen Vor diesen mächtigen Mauern wird sich das Schicksal unserer Welt entscheiden Auf geht's, Leute Also, man muss am Anfang die Leitern vom Dings stoßen Also, das hat man ganz schnell verloren Kann ich runterhüpfen? Machen wir auch Zack Alle ab Aber diese Steuerung ist ein absoluter Albturm Wir können sie nicht aufhalten Kick it like Gunlife Na Na Ah, zack Wo nicht Na komm, wo sind denn die Nächsten? Ah, Nächste ist da hinten Ah, diesmal hast du mich nicht getroffen Ah, diesmal hast du mich nicht getroffen Geht mal aus dem Weg hier Nicht im Wege stehen Und dann Oh Oh Kieke Kieke doch mal die Gắnse Kacke ja weg eh Come on Kämpfen wir nicht nur gegen Orcs Ich kämpfe auch gegen die Steuerung Come on Kamerasteuerung Ihr müsst das verstehen Ich spiele das mit Maus und Tastatur Weil es mit Xbox One Controller echt bescheiden Noch bescheidener geht Aber das hier ist echt Albtraum So klinge ich Wenn ich morgen auf so einem Klo bin Na komm Kick it Katapult ist hier vorne Bis dann hier drauf Wenn es ausgerichtet ist Und je eher man trifft Desto besser ist es Und Feuer Komm Mach den kaputt Sehr gut Jetzt heißt es durchhalten Zeitgewinn Leben Sehr gut Come on Da hinten ist der nächste Turm Schnell 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 Oh Junge Geh beiseite Läuft Guck dir das an Ey Ah Wo ist es zum Turm Sie sind geschlagen Niemand ist hier geschlagen Sehen nur nichts Durch das ganze Geballere hier Okay Jetzt wird es lustig Oh Yes Er brennt Weg 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 Jetzt muss ich noch weitermachen Oder was Klasse dieses Level Boah echt Jetzt muss ich noch mal einen machen Gibt es doch nicht Gibt es doch nicht Yes Erledigt Was ist jetzt? Boah Noch mehr oder was? Ich werde warten Weiß nicht wo wir langt müssen Sauron wird versuchen Meine Pläne mit schrecklichen Kreaturen Zu durchkreuzen Weiß nicht wo wir langt müssen Das Problem Leicht hier rüber Leicht hier rüber Hier hoch Noch mehr ey Noch mehr ey Wieder einer War es das jetzt bitte? Bitte war es das Bitte war es das Oh oh Ich weiß nicht wo wir hin müssen Aber es läuft wenigstens keine Zeit mehr Aha hier runter Kommt mit mir Leicht mir eure Schwerter Alle Mann zum Tor Weg hier Neh nix Oh oh War es das? Boah ey Ey das war eine ekelhafte Mission Leute Eine wirklich ekelhafte Mission Furchtbar Ah level up Sehr gut So Klamme von Uldum Meine Voraussetzung Zorn Anors Okay Haben wir noch zwei Klinge Saurons Steuerung ist 11.000 25.000 Haben wir Dunkle Erlösung Okay Haben wir Weiter geht's Leute Auf jeden Fall Wollen wir mal speichern Alter was für ein Stress ey Leute Was für ein Stress Sag ich nur Eine ganz widerliche Mission Minas Tigard auf der Mauer Haben wir fertig Die Battle for Helms deep is over. The battle for Middle Earth is evolving again. Anka. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020